Ja, es ist ganz schön mein Pater Wohlbeziehungscoach, Blumpsychologe, Hamburg-Modellinie von Monau. Bootcamps gehen wieder los, nächstes Monau, wunderschönen Monau im Februar und passend zu dieser Mail kann ich schon mal verraten, auch der, kommt ja der neue Kurs passive Bindungsangst und wir haben, ja, ich glaube eine Sache, die werden viele kennen, wenn man so seine Pluspol Sachen abgearbeitet hat und feststellt, ups, ich bin ja selber bindungsängstlich, darum geht es in dieser Mail von Anna Tevka, Moin Hemschi, seit Randabjahr müsste man ein stiller heimlicher Begleiter. Als ich von dem Obernaz schwanger wurde und verlassen wurde, stand mein Leben auf dem Kopf. Ich buchte deine Paketset und eine Mailberatung, kaufte auch deine Bücher und steckte damals noch total im Pluspol. Ich musste auch erstmal rückwirkend meine Beziehungen, denen ich immer das arme Opfer war, aufarbeiten. Durch die, durch meine langerziehenden Status war gar nicht viel Zeit für Männer, aber dafür viel Zeit für Selbstreflexion und Therapie. Ich habe viele Themen aus der Kindheit aufzuarbeiten gehabt und bin auch noch immer in der Verarbeitung. Was aber spannend ist, ich dachte immer, ich sei der Oberpluspol, aber das Universum bestärkte eben in letzter Zeit krasse, lehrreiche Episoden. Mit Schrecken musste ich feststellen, dass ich auf einmal der krasse, absolute Minuspol war, nach nur einmal SEX und Bekenntnis von den Männern war mal Interesse weg. Großes Ausrufezeichen. Auf Null, Nader, Niente, Nixolevskoda. Also von Plusfünf Pluspol katapultiert auf Minusfünf Pluspol. Ja, aber mal ganz ehrlich, das ist doch eine sehr lehrreiche Erfahrung, wo man auch sehr ins Mitgefühl kommt mit anderen Menschen. Und ja, sich vielleicht mal, wie du auch hier hinterfragt, ob man wirklich nur mal das arme Opfer war oder auch mal im Täter steckt vielleicht. Und dann wird es doch spannend. Und dann geht das Spiel erst richtig los, wo man sich, dann kann man sich selber verzeihen, dem anderen verzeihen. Und wo es dann auch mal in meinem neuen Buch gehen wird, dieses Täter-Opfer-Spiel einfach sich entscheiden, das einfach nachhaltig zu verlassen. Aber dazu muss man diesen Schritt erst mal machen. Das ist bei mir im Buch, definiere ich so Meilensteine. Das wäre jetzt Meilenstein zwei oder drei sogar. Gut. Ich frage mich allerdings, ob diese Männer wirklich verfügbar waren oder auch eine krasse Pluspol, aber das jetzt erst mal nebensächlich. Ja, das ist ja schon eine interessante Frage, weil ja, also erst mal ist es viel leichter, von Plusfünf in Minusfünf zu wechseln als von Plusfünf auf Null. Ja, das fordert harte Arbeit. Also wer diese Sachen nicht kennt, es gibt ja so umsonst Produkte auf meiner Webseite, dieses Buchkapitel Toxische Beziehungen, da sind auch diese Skalen drin. Und ja, also viele haben schon so diesen, das ist so ein typischer Liebeschip-Weg, man date keine Minusbulle mehr und dann date man nochmal einen Pluspol und sieht, wie man vielleicht selber früher war und dass das Pluspol sein auch sehr toxisch sein kann, sag ich mal. Ja. Und meine Erkenntnis war, dass man sich als Minuspol genauso scheiße fühlt, zwar anders, aber es frisst genauso Energie. Danke für diese Sätze. Wollte ich eigentlich auch mal ein eigenes Video darüber machen, auch als Minuspol. Vor allem, wenn man nicht so eine total krass manipulativ- psychopatisch unterwegs ist, leidet man tatsächlich auch sehr im Minuspol. Ja, das ist wirklich wichtig, sollte man mal öfter sagen. Das Gedankenkarussell und innere Chaos sind genauso groß. Ich versuche kognitiv eine Lösung zu finden, rational mich für oder gegen diese Beziehung zu entscheiden, aber ich merke, dass ich so gar nicht weiterkomme. Naja, vielleicht doch ist so ein bisschen wie, wenn man sich im Schnee festgefahren hat, ne? Fährt man vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts und ruckelt sich da so langsam raus, ne? Und plötzlich ist man draußen. Es ist gar nicht viel anders wie in der Beziehungssucht. Was ich im Laufe der letzten dreieinhalb Jahre gelernt habe, keine Dreiecke, weil wow, was habe ich da früher für Chaos eingerichtet, um meine Spielfläche so weit wie möglich sauber zu halten, um es mir selbst einfach nicht noch schwieriger zu machen. Mein Gefühl ist aber eben nicht, wie man, man war ein Pluspol, man wird dann ein Minuspol und dann kommt man in die Mitte. Ich habe eher das Gefühl, also meine subjektive Wahrnehmung. Wenn man ein Bindungsthema hat, dann hat man es. Ja, ich glaube schon, dass man in wirklich bindungssichere Beziehungen kommen kann, dass man da, wie soll ich mal sagen, dass man, also das würde ich auch nie behaupten, dass man sowas komplett heilen kann, sodass da Anfälligkeiten bestehen oder das ist ja auch so in diesem, was sie in SLA immer sagen, das ist auch ein bisschen Co-Abhängigkeit und so, ist auch eine Sucht und natürlich kann man mal wieder einen Rückfall haben. Aber man kann sich da schon, wenn du es willst, vielleicht wollen es manche auch gar nicht, vielleicht wollen manche in diesem, das ist ja so dieses Drama-Chaos, Plus 5, Minus 5, Dreiecke, bla 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 und man muss doch erstmal aus dem Ego rauskommen, das ist ja nicht immer nur das innere Kind, das Ego will immer Drama, Action und ja, und wenn man es dann wirklich will, dann kommt man da auch hin und man ist da ja auf dem Weg. Ich weiß, dass der nächste Mann wieder genauso ein Plus 5 oder Minus 5 werden kann. Ja, werden kann, aber es rät dir erst nicht ein, dass es nichts anderes gibt. Und plötzlich kann er richtig dastehen. Und nicht nur, weil ich jetzt beide Seiten kenne, wird der nächste Partner gesund. Ne, solange man noch, also da ist das Universum unerbittlich, solange man noch Themen hat. Und ja, darf man glaube ich auch nicht ungeduldig sein, kriegt man immer wieder Themen präsentiert und dann ist es auch okay so, ne. Und was ich auch, habe ich heute auch einer Klientin gesagt, dass manche haben sich auch mehr vorgenommen für dieses Leben als weniger und wie kann man besser lernen als mit Beziehungsstaats und mehreren Beziehungen und was weiß ich. Und man sollte es immer versuchen, aus verschiedenen Richtungen zu sehen, ne. Mit der Hilfe meiner Therapeutin versuche ich mir meiner Abwehrmechanismen bewusst zu werden und es ist so hardcore schwere Arbeit. Ja, da bin ich eigentlich ganz bei dir. Das erfordert wirklich viel Einsatz. Ja. Wenn man einen Glaubenssatz mit sich herumschleppt, keiner will mich, der einen an jeder Ecke triggert, dann ist das schon hart. Ich habe regelrecht momentan eher Angst, denn ich weiß, wie viel Energie Gefühle zielen können, egal ob Plus oder Minus. Denn woran erkenne ich, ob jemand verfügbar ist oder ein Plusbohlen? Mir ist auch bewusst geworden, dass ich viel zu schnell die Sexualität ansetze, um zu gefallen. Das kann ich schon leider aus dem FF. Wie komme ich in meine Mitte? Ja, verrückterweise kommt man dann in die Mitte, wenn man auf alles scheißt. Wenn man einfach sagt, es ist mir alles scheißegal und wenn kein Mann der Welt mehr mit mir schläft, wenn alle mich kacke finden oder wenn es nur noch Plus 5, Minus 5 gibt. So und wenn, weiß ich nicht. Wenn man einmal dieses ganze Spiel einfach komplett, zumindest weitgehend komplett egal ist und man einfach denkt, es ist mir alles scheiße, da habe ich eben keine Beziehung mehr. Es interessiert mich einfach nichts mehr. Ich gucke nur, dass ich mein Nutella-Brot geschmiert kriege jeden Tag. Und, was weiß ich, ein bisschen Trash-TV gucken kann oder was auch immer du für Hobbys hast. Oder Snowboarden. Ach, es ist mir alles scheißegal mit Beziehungen. Es sollen aber alle machen, was sie wollen. Ich juck mich nicht mehr. Dann ändert sich das Game auf einmal. Und das ist natürlich auch genau der Punkt, wo es einem, wo man auch nicht mehr gefallen will, weil es einem einfach wurscht ist. Es ist einem einfach wurscht. Dann denken wir einfach, ja, dann gefällt dem Partner, eben nicht meine Sexualität, ja, drauf geschissen. Interessiert mich nicht mehr, weiß ich nicht. Ich habe hier auch keinen Bock zu. Dann gibt es eben nächste Beziehung oder gar keine oder es ist mir alles wurscht. Das ist der Punkt, wo das so fast ein spiritueller Punkt, wo man einfach nicht mehr dran hängt, was passiert. Ja, aber gut, das Thema, woran erkennt man, dass jemand jetzt wirklich bindungssicher ist. Ich glaube, viele haben ein falsches Vorstellungen von bindungssicher. Bindungssicher ist neutraler und kühler, als das viele so denken. Aber gut, das wäre ein anderes Video. So, ich bin so weit, dass ich toxische Männer mittlerweile sehr gut und schnell erkenne und in die Wüste schicken kann und mir daran nicht mehr die Zähne ausbeiße. Aber seitdem gerate ich eben in den Minuspol. Ja, also für dich wäre bestimmt der Kurs passive Bindungsangst was, an dem ich hier gerade im Schweiß in meines Angesichts sitze. Kann ich hier nochmal drunter verlinken. Gerade ich eben in den Minuspol, das ist genauso kacke. Naja, also ich finde Minuspol ist auch kacke, aber ich finde es persönlich, denke ich, immer nicht so schlimm, als wenn einem das Herz aus dem Leib gerissen wird, so vor Toxic und, weiß ich nicht, Liebeskummer und ich weiß nicht was. Also, weiß ich nicht, ob das nicht doch schlimmer ist. Ich finde deine Arbeit und Mails super, weil du neulich danach gefragt hast und absolut bereichern. Und immer, wenn ich mir unglücklich bin, frage ich mental, was du der Hemmsche jetzt sagen. Und dann überkommt mich ein Schmunzeln, weil ich immer dann das Gefühl habe, du musst, das musst du jetzt Hemmsche fragen, dann weiß ich, beziehungsweise seine Antwort schon meist. Ja, dann hast du mich ja schon intern analysiert, sehr gut. Der Kerl ist Grütze, sonst hätte ich keinen Redebedarf. Haha, genau. Wenn es gut laufen würde, müsst ihr ja nicht fragen. Deswegen habe ich jetzt auch keine spezielle Story für dich, sondern eher so ein Allgemeindenken, wie du das mit dem Pingpong siehst, von Plus und Minus. In dem Sinne, Namaste aus Sri Lanka. Ja, bleib dran und lach einfach drüber und denk dir, du bist wie bei so Jumanji. Das ist einfach total crazy. Denk dir einfach, das kann man nicht ernst nehmen, alles hier. Und lach drüber, dann geht es dir schon besser. Und wenn du magst, mach einfach weiter und scheiß einfach auf diesen ganzen Kram. drauf geschissen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. 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 Untertitelung des ZDF, 2020